Immer mehr Menschen stellen in Deutschland einen Antrag auf Asyl. Auch für die kommenden Jahre werden steigende Zahlen erwartet. Diese Entwicklung war für die Robert-Bosch-Stiftung Anlass, das Institut für Demoskopie Allensbach mit einer Studie zu beauftragen über Asyl und Asylbewerber, Wahrnehmungen und Haltungen der Bevölkerung 2014. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist bereit, Asylbewerber zu unterstützen. 53 Prozent können sich vorstellen, mit Sachspenden beispielsweise mit Kleidern, Möbeln und Spielsachen zu helfen. 30 Prozent wären bereit, Asylbewerber beim Erlernen der deutschen Sprache zu helfen. Insgesamt betrachtet sind statistisch 66 Prozent der Bevölkerung bereit, Asylbewerbern in Deutschland zu helfen. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung, 64 Prozent, haben den Eindruck, dass derzeit viele Asylbewerber nach Deutschland kommen. Nur 11 Prozent der Befragten halten die aktuellen Zahlen der Asylbewerber für niedrig. Rund 83 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nehmen Bürgerkriege in den Heimatländern von Flüchtlingen als Grund für ein Asylbegehren bei uns an. Sie akzeptieren in diesen Fällen auch die humanitäre Hilfe, die Deutschland leistet. Allerdings vermuten auch 78 Prozent der Befragten, dass wirtschaftliche Gründe ein Motiv für ein Asylgesuch in Deutschland sein könnten. In solchen Fällen hält die Mehrheit der Bevölkerung die Aufnahme von Asylsuchenden aus rein wirtschaftlichen Gründen für nicht gerechtfertigt. Insgesamt sind Kontakte zwischen Einheimischen und Asylbewerbern eher selten. Nur zwei Prozent der Bevölkerung geben an, mit Asylbewerbern befreundet zu sein. Fünf Prozent haben im weiteren Sinne privaten Kontakt zu Asylbewerbern. Elf Prozent gaben an, dienstlich oder geschäftlich mit Asylbewerbern zu tun zu haben. Trotz einer geringen Zahl persönlicher Kontakte zu Asylbewerbern haben 42 Prozent der Bevölkerung Interesse daran, Asylbewerber näher kennenzulernen, um so deren persönliche Geschichte zu erfahren. Dieser Neugier auf die Geschichten und Erlebnisse von Asylbewerbern bei uns stehen allerdings 40 Prozent der Befragten gegenüber, die dies nicht so interessant fänden, Asylbewerber kennenzulernen. 18 Prozent der Befragten sind unentschieden. Auf die Frage nach den Regeln, die für Asylsuchende in Deutschland gelten, wünschen sich 59 Prozent der Bevölkerung klarere und strengere Regeln. 17 Prozent gaben dagegen an, dass die Regeln großzügiger sein sollten und 24 Prozent waren unentschieden. Dieser vergleichsweise hohe Anteil der Unentschiedenen zeigt, dass diese Frage nach Regeln und Verfahren, die für Asylsuchende gelten, derzeit offenbar kein heißes Thema für weite Teile der Bevölkerung in Deutschland ist.